Ist ja gut. Fahr! Fahr! Fahr schon! Hallo? Häng mich an meinem Besen fest. Hopp! 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 Lass meinen Besen los! Ah! Weg mit dir! Ach, Herr Mask. Nein! Wir können Herrn Mask nicht mehr schubsen! Das habt ihr gepatcht! Den konnten wir sonst wegschubsen! Ach, Menno! Guck mal, ich helfe euch mal. Hopp! Hui! Hopp! Äh, hopp! Ähm... Äh, upsie! Hopp! Hui! Dotz! Okay. Ähm, ich bin euch mal... Sag mal, hast du den Wagen gerade waschen lassen? So. Nein! Böse! So, du da hinten liegst noch. Vorsicht, Besen! Besen auf der Durchreise! Vorsicht! Besen! Hopp! Natsch! Ach, Junge! Du mit deinem Gummi-Auto! Sproing! Ja, geht doch! Äh... Ach... Hopp! So, und jetzt... Lass meinen Besen los, Mädel! Das gibt's ja nicht! Road Closed! Ich kann durchlaufen, aber trotzdem... Das gibt's ja nicht! Es gibt die Möglichkeit... Sag mal! Junge! Hopp! Toll! Hopp! Ja... Ja, so ist gut! Was ist das da hinten? What the... Was? Ufo? Was? Äh... Was ist das? Hallo? Hä? Was ist das denn? Eine Karte? Bist du eine Karte? Äh... Karte? Kriegst du noch mehr Karten? Ähm... Karte? Seit wann gibt's hier Karten? Das sind aber nicht die Steam-Sammelkarten! Die sind davon unabhängig! Ach, Charlotte! Was hast du denn da? Warum hat sie ein Dollar-Symbol über dem Kopf? Was stimmt mit Charlotte nicht? Will sie hier dicke Kohle machen, oder was? Äh... Okay... Also Management... Aktualisierung... Werkzeuge? Wa... Vakuum? What the... 10.000! Ach... Sag mal, was... Was... Was kann man damit machen? Ich hab keine Ahnung! Ich hab das Spiel so lange nicht gespielt! Interaktiv, ja... Lieferung... Angestellte... Dienstleistung... Ping? Ping? Ah... Aber ich hab doch nicht Ping als Nachrichten... Abfallsammlung... Darlehen... Wand übermalen? Wie jetzt Wand übermalen? Wall repaint... Quick! Wall painting! Order an LKW, um die Farben deiner Farbstation wieder aufzufüllen! Farbstation? Stellungkosten für Farbe? Was? Jetzt! Hä? Und das Punkte? Oh, klar! Genau! Hm? Das ist auch gar nicht gecheatet! Äh... Also... Das Spiel hat ein paar Features, die ich noch nicht kenne! Zum Beispiel... Farbstationen! Bedeutet das, irgendjemand malt mein Ding hier neu? Und ich muss das nicht machen? Aber ich wollte doch alles schön in... In... Hot Pink! Wie es bei GTA heißt! Ah, GTA könnte ich auch mal wieder spielen! So! Ups! Äh, komm schon! Ja, ist ja gut! Die Tanke muss pink werden! Pinke Tanke! Was? Oh nein! Kein Gürteltier da! Das tut mir aber leid! Dann musst du wohl wieder gehen! Die gehen tatsächlich wieder! Früher war das so, die sind rumgelaufen und haben sich was anderes gekauft! Aber jetzt sind die so empört darüber... Dass... Dass wir... Dass wir keine Gürteltiere mehr haben! Sorry! Gürteltiere! Leider ausverkauft! Denkst du denn? Alle wollen Gürteltiere haben! Ähm... Ja... Das ist noch der Laden! Das ist nicht das Klo! Ja, schön im grünen Bereich bleiben! Okay, also es gibt einen Malerservice und... Äh... 10.000 Dollar für irgend so ein komisches Upgrade-Dings! 10.000 Dollar! Nein! Jetzt habe ich mich total pink angespritzt! Super! Toll! 10.000! Sag mal, wer hat sich die Preise ausgedacht? Ja, komm hier! Nimm mal einfach irgendeinen Preis! 10.000! Geht! Und was sind diese Sammelkarten? Wo kommen die her? Was machen sie? Und gehen sie wieder weg? Oder sind sie gekommen, um zu bleiben? Äh... Ich habe schon wieder keinen beim Tanken! Das fehlt übrigens noch im Spiel! Also diese Übersicht mit Sachen öffnen und schließen ist ja schon echt super, muss ich sagen! Aber... Was noch fehlt, ist so eine Organisation im Sinne von Schichtplan! Dass man die... Also ich meine, selbst bei Prison Architect gibt es einen Schichtplan! Ja, haut ruhig ab! Ihr werdet schon sehen, wie weit ihr ohne Sprit kommt! Ja, lasst euch das gesagt sein! Haha! So! Acht Kunden an der Kasse ist da auch schon wieder keiner! Doch! Charlotte ist doch da! Och nein, ich habe einmal mit Charlotte geredet! Ah... Aufgabenliste! Produziere Eiscreme! What? Bin ich in die Kasse! Produziere Eiscreme? Wie jetzt? Wollen wir einen Eiscreme-Automaten kaufen? Momentchen mal! Momentchen mal! Moment! 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 Äh... Einrichtung! Regale! Also es gibt Erfrischung! Es gibt Snacks! Alkohol! Zigaretten! Eiscreme! Eiscreme-Stand! Groß und Klein! Autopflege! Zeitung! Gut! Brillenständer! Teddybären! Gebäck! Und Spielzeug! Äh... Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Ein Sonstiges ist ja hier... Äh... Parking Lot! Parkplatz! Toilette! Haben wir auch alles! Hier haben wir auch alles! Und hier haben wir auch alles! Buki! Hä? Aber wie? Was? Warum? Why? Warum kann man denn Angestellten? Das ist zum Beispiel hier... Hieruki! Aufgabenliste! Produziere Eiscreme! What? Äh... Ach ja! Irgendjemand muss tanken! Und George! Eiscreme produzieren? George! Was machst du da? Du brauchst mich gar nicht so angucken! George! Aufgabenliste! Äh... Mal ne Pause! Steht der da einfach so und glotzt mich an! Wie so ein... Wie so ein Auto nur nicht so... Äh... Du darfst mal putzen! Reinigen! Ja, dieser komische Geist, der hier durch die Gegend fliegt! Also irgendwie hat das Spiel zwar ein paar neue... Alter! Was? Der Balken hinter mir! Da! Also echt jetzt! Hat der einfach nur rumgestanden und nicht geputzt! Und natürlich sind alle Donuts wieder alle! Zehn... Äh... Zehn... Fünf! Darf er vielleicht noch? Ah, das war's schon! Ja! Mayumi, ich hoffe, du putzt jetzt! Das hat nämlich deine Kollegin nicht gemacht! Dein Kollege! Keine Produkte mehr! Keine Produkte mehr! Ja, wir müssen noch ausverkaufen! Also... Alles muss raus! Und ich werde jetzt hier nicht jede einzelne Flasche aus dem Regal nehmen, um die da reinzupacken! Ja, genau! Die Banane muss weg! Die Fische nicht! Okay, also... Wenn hier Sammelkarten jetzt versteckt sind... Also die eine Sammelkarte war ja mehr als... Als offensichtlich! Muss ich ja nochmal gucken hier... Ob hier irgendwas auf dem Dach ist? Hm... Nö, hier auf dem Dach ist nix! Und hüpp! Hier auf dem Dach ist auch nichts! Gucken wir mal, ob im Lager irgendwo... Also ich weiß ja nicht... Ist das die einzige Sammelkarte oder gibt's da noch mehr? Ach, hier haben sie den UFO-Reset jetzt hingepackt! Gitarre... Fliegen noch ein paar Sachen... Hm... Also hier ist ja diese Sprungschanze... Hier ist das Minigolf... War auch mit kleinen Kürbissen... Da! Da ist ne Karte! Ha! Ja! Wir haben eine Karte gefunden! Aber ich weiß nicht, was... Wo, wie und so weiter... Kann man hier jetzt eigentlich mehr als eine Runde spielen? Oder geht nur eine Runde immer noch? Hä? Ähm... Ups! Ne, es geht immer nur eine Runde! Eigentlich schade! Weil hier sieht ja aus, als wenn hier noch mehr... Schrottplatz wäre, für noch mehr Runden! Zum Beispiel hier mit so einem ruckelnden... Ding und so... Eigentlich schade! Oder hier mit so einem Hindernis, wo man rüberspringen muss... Über so ein Auto! An und für sich ganz cool! Aber... Ja, ist ja gut! Ich geh zur Tanke zurück! Okay, also wenn... Hier hört man immer nur... Ach, komm! Da bin ich komischerweise zu fett, aber... Zwischen dem Auto von Herrn Musk und dem... Press F to play... Hier ist jetzt auch ne Gitarre! Hier ist aber keine Sammelkarte! Dachte hier wär jetzt vielleicht ne Sammelkarte! Toll, jetzt bin ich auf Sammelkartensuche! Vielleicht hier irgendwo? In den Zoo guck ich gleich! Nö! Kein Bock! Hm! Hallo? Wo bleib ich denn? Okay! Süß! So! Ob es hier irgendwo... Nö! Hier gibt's auch keine Sammelkarte! Hüp, hüp, hüp! Einmal ein bisschen Müll einsacken! Nö, keine Sammelkarte hier, oder? So, Waschbecken einmal noch! Okay! Also, Sammelkarten gab's noch nicht, als ich das das letzte Mal gespielt hab! Na! Na, nicht! Halt! Moment! Die hier durch! Ah! Bin schon wieder zu fett! Hm, lecker! Klare! Ja, da ist er! Hehehehe! Hm! Okay! Hier ist ne Sackgasse! Was gibt die jetzt? Keine Sammelkarte, oder? Zumindest hab ich bisher keine gefunden! Da oben! Da oben! Da ist sie! Ha! Tütütütütütütütüt! So! Da! Hier, meine Karte gefunden! Sag mal, warum wird der Laden immer dreckiger? Was macht denn der? Der soll mal putzen! Ach, wo, wo, wo putzen! Ich könnte ja auch mal wieder den Button drücken! Okay! Some! Ja, schon wieder besser! Okay, Kasse, höre ich piepen. Reinigen, tanken, Kasse. Hängt der schon wieder irgendwo fest? Ja. Wegen der Banane da? Hallo? Wegen dem Becher? Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich jetzt selber den Müll wegräumen. Da muss irgendwas sein. Irgendjemand muss da Müll weggeschmissen haben, den er einsammeln will. Ach, da. Warum sammelt man... Nein, wo gehst du denn hin? Ja, genau, dreh dich um. Ah, Gott. Äh, was? Du sollst den Müll nicht rumschmeißen, Mädel. Du sollst den einsammeln. Mhm. Noch ein paar Pfandflaschen sammeln? Ja. Ja. Da da. Da. Ja. Da. 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 Ja. Da.